Wenn Sie gerne sportlich fahren, sollten Sie sich diesen VW aus dem Baujahr 2009 einmal etwas genauer ansehen. Der leistungsstarke Benzinmotor dieses Autos ist an eine Automatik gekoppelt. In diesem sportlichen VW finden Sie verschiedene komfortable Extras, wie eine Klimaautomatik, Sportsitze und Servolenkung. Möchten Sie eine Probefahrt mit diesem VW machen? Dann rufen Sie uns jetzt an, um einen Termin zu vereinbaren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017